Musik 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 Heute spielen wir PEDO Bei Nächstes US Und heute filmen wir mal mit einem Handy Unsere neue Kamera Ja Auch dann ne? Ich dachte zuerst wir filmen mit unserer Kamera Unsere Kamera Die Alte Dann daraus wurde nichts Jakob wollte mit seinem Handy Ja Und was geht es denn? Wir machen einen Unboxing Ja ok, von der Sandisk Nicht von der Kamera Die sind wichtig Kamera weg, so jetzt Hier kommt Achtung Achtung Du weißt dass das so nicht geht Ich will die Verpackung Scheiße Aufreißen Mann So Machen wir einen Unboxing von dem Ne Ähm gut Ich will sie nicht Ich will die Verpackung nicht beschädigen Weißt du? Und das ist Sagen wir das ist ein Teil Von unserem 300 Abo Special Kann man so Will man so sehen? Ja, kann man so sehen Wir dachten uns für die 300 Abonnenten Und holen wir uns ne neue Kamera Ja und wir denken mal Wir sagen mal vielen Dank dafür Oder? Die 300 Abonnenten 64 Gigabyte Mit einem Speed von bis zu 30 Megabyte pro Sekunde Was eigentlich ziemlich Handy fokussiert Hier Sandisk Ultra 30 Megabyte pro Sekunde SDXC Ja 68 Gigabyte Können wir sicher so um die 8 Stunden aufnehmen Hat er gesagt, oder? Ja Geil Gut ähm Ja das war's Das war's Ja genau Ähm ja wir sehen uns das nächste Mal bei mir sagt sowas Bis dann Tschüss Ja Ja guck der Spasti hat einfach abgetrotten Aaaaaaah Ne gut ja jetzt kommen wir zum Hauptteil des Unboxings Nämlich unserer Kamera Das wollen wir ja ein bisschen Comedy Krieg's noch nicht hin Auf meine Du hast keine Fingernägel Besserlich mit meinen geilen langen Fingernägel Hast du wirklich Fingernägel? Ja ich nicht Ich hoffe auf Der Baumstelle also Da braucht man keine Fingernägel Ach man Ne Scheiß Oh ne Scheiß Weißt du was? Na warte alter Ich presse es noch auf Okay gut Warte äh offen Zulass Offen lassen Komm Ähm warte Hier Was man so sehen kann Ein kleines Ähm Ähm Wir haben nichts gehört Ja Wir haben hier von Sony Make Believe Oh mein Gott ist das Scheiße mit dem Handy Mit dem Handy Handycam Okay HDR X C Äh C X 410 E PAL Äh Hier die Die ganzen Äh Wie heißt das Schon wieder Die ganzen Features Ja genau Features Äh das Natürlich das Das was wir am meisten brauchen werden Das GPS ne Ja Die Japaner wieder ne 55 zu mein Gott Wir brauchen Ja Wir müssen einen Kilometer weit hin Ey Hey Achja Zuerst alles voll aus Boah wirst du mich verraschen Ohne Scheiß Ohne Scheiß Ohne Scheiß Einfach mal Ich will jetzt schnell Steht nicht schneller Geh hoch Nein Du musst doch nicht Schnellstart Nein Einfach mal alles hier hinlegen Komm Noch so ein fettes Buch Die ganze Verpackung ist eigentlich nur wie das Scheiß Bum Weißt du Das ist auf Konzentrier du dich mal auf Verschiedene Teil Ich mach daswwww Dunkelkirch die Küste Du kannst das rechts gehen Wifi Komm jetzt konzentrier dich auch drauf Baa Schöne sie abokieren Hint und dann weg Dann alles nochmal in die Übersicht Machen wir dann Zeit noch rein Ja genau Noch nicht Auf zu Aus Ah Mein Gott jetzt kommt die hausse einfach so alles gut dann geht mal auf warte doch doch er mach du mal bitte also so dass er sagt ich es doch so ich lese nachher schon auf haben wir jetzt gerade einen Schnellfreie gemacht? Nein. Doch machen wir da noch. Warum? Na gut. Komm jetzt hier. Leg hin. Wenn schon. Hör auf, wenn sie sich nicht kommt. Oh ja, streif es wieder ab, das Kondom. Falsch rum. Oh Alter, ist das groß vorne. Der Akku sieht ein bisschen größer aus als bei deiner. Ja, das kann schon sein. Obwohl. Oh ja, Folie entfernen, Folie entfernen. Der ist größer als bei deiner. Ach nee. Mach du das. Alter, einfach drum reißen, Mann. Oh, das tut weh. Warte, okay, okay, egal. Ich weiß wie. Wir kommen nach dem Schnitt gleich. Nein, 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 nicht nach dem Schnitt. Einfach so. Oh. Super. Super. Warte. Machen wir später. Hast du die Schere? Den Mund, dass man mich ja sieht, ne? Das tut weh, ne? Okay. Ich hör auf damit. Warte. Mit dieser Kamera werden wir heute noch was filmen. Was? Das werdet ihr dann sehen. Ja, das andere Zeug, ja. Oh, geil. Wir werden sie heute in Gebrauch nehmen. Heute. Heute. So, hier das andere. Alles andere. Hast du auch noch? Also, soll ich, äh, darf ich? Darf ich erklären, Mann? Oder nicht? Willst du erklären? Ja. Versuch's mal. Das ist gut. Ach so, hier haben wir, äh, die Linse. Für vorne drauf. Dann geh ich jetzt mal. Ich check das Teil noch nicht. Checkst du das Teil? Irgendwie. Das ist ne Verkleinerung. Zumindest. Ah. Einfach drauf. Okay. Äh. Ich glaube wegen Licht oder so. drauf geschmiert. Ist noch gut. Kann man auch wieder wegnehmen kann. Dann haben wir hier den Akku. Von Sony natürlich. Warte mal. Klingt zu abwertend. Scheiße. Ist zu klein, ne? Ich glaube. Warte. Ich will nur kurz schauen. Ich würde eigentlich theoretisch, glaube ich, gehen. Wir haben hier noch den. Meinst du? Das ist weniger Watt. Wir haben hier noch, ähm, den alten von Penel. Von seiner alten Kamera. Ja, das ist so. Uiui. So. Ui. Na, von hier aus wirst du nicht. Aber, ähm, ja. Obwohl, ich glaube, das ist kein Lion, das schon. Ähm, tue ich gleich auch mal ran. Oh, geil. Oh, ja. Warte. Ich glaube, der geht gar nicht hier, ne? Der wird gar nicht gehen. Siehst du? Wenn schon, denn schon brauchen wir... Aha, ich mach mich kaputt. Ja, mach's nicht. Wenn schon nicht. Wenn schon, denn schon in den Ersatz-Akku. Posten. Posten. Einfach. Power. Wow. Sieht geil aus. Ui. Ui. Ich glaube, das tun wir euch nicht an. Oder? Ganz Neinstellungen? Ja, das macht nichts. Ja. Äh, gut, ja. Ich frag mich noch was. Ja? Wie kann man das... Power. So klein, weil ich meine, es ist so groß. So, ähm, ja, das wäre unsere neue Kamera. Was? Hey, okay. Du kannst das andere erklären? Wir freuen uns ziemlich darüber. Oder? Ähm, unterer Teil des Ladekabels mit oberer Teil des Ladekabels. Ja, Adapter, oberer Teil. Ähm, ähm, USB-Verlängerung und... HDMI, mini HDMI. Oh, wow, mini HDMI bekommen wir dazu. Geil. Ah, oder... Ja doch, warte, nicht geil. Und das ist USB. USB? Ich check's nicht für den Ding hier. Sony? Ah, kannst du runterstoßen? Nein, kann man nicht. Okay, warte, das Kamera hat noch, das Future. So, oben, kannst du aufmachen. Kannst ja hier so'n Teil machen. Ich glaub, da können... Können wir unser Mikro sogar draufmachen? Ist ja auch geil. Ja, wenn ja, dann wäre es geil. Ähm, wir mussten uns ne neue besorgen, wegen eigentlich hauptsächlich... Wackeln nicht so fest. Ja, sorry. Wegen... Schnauze! Wegen... Wegen... Vor allem, äh, Mikrofon. Ja, Mikrofon. Ja, Mikrofon, weil... Wir wollen ja... Ein bisschen eine bessere Qualität, was den Sound dann betrifft. Ja, an der Gamescom kannst du sonst vergessen. Oh, ist eigentlich das USB. Was denn? USB-Anschluss. Nicht hier. Andere Seite. HDMI. Ja, das Mini HDMI, andere Seite, steht Multi. Hier, mach mal auf. D10 und Multi. Hä? Check ich's weiter nicht. Irgendwo hat es, glaub ich, schon noch... Hä? Ja, ja, werden wir schon... Irgendwo finden wir das schlecht. Ja, vielleicht noch ne Box. Aber... Ja, ähm, so. Das wäre unsere neue Kamera. Ja. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen gefallen. Ähm, heute werden wir dann auch noch was damit aufnehmen. Ja. Was werdet ihr dann sehen. Ist auch ein Teil des 300-Abon-Special. Kann man so sagen, ja. Ähm... Ja, ähm... Haben wir schon gesagt. Ähm, vielen Dank für alle 300 Abonnenten. Ja. Und... Ja. Ich hoffe, ihr unterstützt uns weiter. Von dem her war's das für das Unboxing. Und... Einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Ja. Ja. Ja.